Hallo und herzlich willkommen zu Tag 1 der Bier und Brezel Auspackwoche. Heute packe ich Animal Adventures Dungeons & Doggies aus. Bevor es losgeht ein paar Worte zum Thema Auspackwoche. Folgendes. Über die letzten Wochen und Monate haben sich bei mir so ein paar Sachen angesammelt. Also vor allem Sachen, die ich selber bestellt habe, Kickstarter-Projekte, die ich gebackt habe oder Sachen, die ich von Leuten abgekauft habe, die den jeweiligen Kickstarter gebackt haben. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass es mir echt schwer fällt, Sachen auszupacken, wenn ich da nicht gleichzeitig auch ein Video draus machen kann. Weil A, machen mir die Videos Spaß, die Auspackvideos. Also ich habe da immer eine große Freude dran. Und B, ja bringt es halt auch einfach was. Ich möchte einfach Content bringen für den Kanal und ich denke auch, dass das eine oder andere auch euch interessiert. Und das hat aber auch dazu geführt, dass dadurch, dass ich nicht jede Woche ein Unboxing-Video bringen kann, weil mir da einfach die Zeit für fehlt, sich die Sachen halt immer stapeln. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach mal so eine Auspackwoche. Das heißt, ich packe an ein oder zwei Tagen einfach mal so ziemlich alles aus, was ich hier gerade habe, mache da Videos draus und bringe die Videos dann über die kommende Woche. Das heißt, heute ist Montag, heute kommt das erste Unboxing-Video und über die nächsten fünf Tage, also am Wochenende mache ich nichts, sorry. Aber hier jetzt Montag bis Freitag kommen nur Unboxing-Videos. Und ich verrate nicht, was genau ich bringen werde. Wer meinen Channel fleißig mitverfolgt, mir auch Facebook und Instagram und sowas folgt, der wird vielleicht auch den ein oder anderen Hinweis schon haben, was da jetzt kommen könnte. Nur so viel gesagt, es wird graduell größer. Was aber erstmal jetzt kommt, ist was Kleines und zwar Dungeons & Doggies. Übrigens, also keine Sorge, nächste Woche geht es dann ganz normal weiter mit Videologs und Spielberichten. Also nicht, dass ihr denkt, das ändert sich jetzt komplett alles. Das ist jetzt wirklich bloß mal eine Ausnahme, weil sie so viel angesammelt hat. Aber Dungeons & Doggies, das habe ich schon eine ganze Weile hier. Das hatte ich sogar schon vor meinem Umzug gekriegt, oder? Es war gerade so um die Zeit, wo ich meinen Umzug gemacht habe. Und dadurch bin ich da nie dazu gekommen, das so ein bisschen abzuarbeiten. Und dabei ist es das richtig Tolle, weil über den Kickstarter hatte ich in der Vergangenheit schon so ein bisschen berichtet. Und der ist auch richtig gut gelaufen. Ich bin da richtig zufrieden damit, wie das alles abgehandelt wurde und wie schnell das alles kam und so. Und es ist einfach super toll. Das sind Deine Schütz & Doggies. Deswegen packe ich die jetzt einfach mal aus. Und wie gesagt, das ist jetzt mal eine kurze Sache. Erstmal die Packung. Ich halte die jetzt mal so ein bisschen so in die Kamera. Ich hoffe mal, es sieht es einigermaßen. Hinten drauf sieht man auch, was da jeweils drin ist. Da kommen wir dann auch gleich drauf zurück. Weil, weil es so klein ist, kann ich da auch wirklich alles aufmachen. Und das mache ich jetzt mal. Also ursprünglich war das einfoliert. Die Folie hat sich leider beim Auspacken, also wo ich es aus dem Karton geholt habe, so ein bisschen gelöst. Also nicht wundern, das war alles schon schön versiegelt auf jeden Fall. Also da gar kein Problem damit. So, das ist alles jetzt hier einfach in so einem klassischen Schuber drin. Das sind die Figuren. Und außerdem haben wir da noch diese schönen Karten hier. Die halte ich euch jetzt einfach mal unter die Kamera, damit ihr die seht. Das sind, ach, das sind ja, ach, das sind so Postkarten. Und, ach, sind die nicht als allerliebst? Also die sind richtig schön. Ich glaube, die hänge ich mir irgendwo hin. Das sind einfach Artworks oder Konzeptzeichnungen von diesen Dungeons & Doggies. Haben wir hier eben die drei Stück. Also es sind nicht von allen Doggies drin. Und mache ich das hier mal. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Das lege ich zur Seite. Aber das hier brauche ich, weil da sind die Beschreibungen drauf. Und dann gucken wir doch mal, wie die Figuren aussehen. Die Figuren sind preassembled. Und sie sind aus so einem harten PVC. Ich glaube, das ist die Firma, die das Ganze jetzt vertreibt. Ist Steamforged. Bekannt durch zum Beispiel Guild Ball. Oder das Dark Souls Brettspiel. Also die sind ja mittlerweile richtig stark gegangen. Auf eben diese preassembled PVC aus einem Guss Figuren. Und ich weiß nicht, ob das da damit direkt zu tun hat. Aber die Verpackung ist auch sehr ähnlich, wie jetzt aktuell die neueren Guild Ball Crews verkauft werden. Ich habe da auch schon, gerade was die neueren Sachen angeht, ein paar Beschwerden gehört. Was die Qualität der Figuren angeht. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie tatsächlich die Doggies jetzt rausgekommen sind. Weil, klar, nicht jeder mag das PVC, weil es ist natürlich auch immer ein sehr weiches Material. Und, upala. Ich hole die alle erst mal raus hier. So. So. Aber das Steamforged PVC, beziehungsweise das Plastik, was die benutzen, ist ziemlich hart. Also in der Hinsicht schon mal gut. Weil hart Plastik ist natürlich auch ein kleines bisschen auch gleich wieder detaillierter als das PVC. Zumindest ist bei mir der Eindruck bisher so gewesen immer. Boah, sie sind so toll. So. Ich mache dann auch gleich noch einen größten Vergleich, dann sobald ich die Figuren euch gezeigt habe. So, das kommt jetzt mal hier sauber aufgeräumt zur Seite. Weil wenn ich hier jetzt fünf Sachen auspacke, dann wenn ich das hier einfach alles nur zur Seite schmeiße, dann killt mich nachher meine Frau. So. Also, ich stelle mir jetzt hier diese, diese packen jetzt mal so hin, weil da sind nämlich die Namen von den einzelnen Doggies. Und wir machen das jetzt einfach mal so, wie es hier angeordnet ist. Wir haben zuerst, jetzt holen wir hier mein Bier und Brezelmobil. Das Kabel, das sollte eigentlich weg. Weg. Komm schon. So. Zack. So. Genau. Wir haben hier Tonka, den Mastiff-Barden. Mal gucken. Ihr seht, also, der macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Das ist alles so aus einem Guss. Es ist auch, was ich immer ein bisschen schwierig finde, es ist auf die Base schon mit drauf gegossen. Das heißt, wenn man da jetzt zum Beispiel eine Custom Base, irgendwie eine Scenic Base oder sowas machen will, dann ist es immer ein bisschen krampfig, die Figuren da wegzukriegen. Ganz besonders in dem Fall, weil der halt so viele Standflächen drauf hat. Das ist bei den anderen nicht ganz so schlimm, weil die nicht im Sitz, in der Sitzhaltung sind. Ja, der ist natürlich ein guter Junge und sitzt erst mal. Aber den da runter zu kriegen, wird ein bisschen schwierig. Das ist jetzt kein Problem, wenn man jetzt einfach bloß ein bisschen Streu drauf machen will oder sowas. Das mache ich meistens, aber ihr wisst wahrscheinlich, wie das ist. Bei anderen Brettspielfiguren ist es genauso. Also, das ist Tonka, der Mastiff-Barbe. Dann kommt Kassandra, der Husky-Paladin. Da muss ich mal gucken, das ist... Hoppala. Nicht runterfallen. Jawohl. Das ist hier Kassandra. Die hat hier einen Streitkolben, den sie... Also, wie sie den benutzt, das überlasse ich eurer Fantasie. Die Figuren sind ja vor allem eigentlich für so Dungeons & Dragons gemacht. Auf der Steamforged-Seite findet ihr auch die ganzen Regeln zu den... Also, vorgeschlagenen Regeln und auch so ein paar Abenteuer, die die geschrieben haben. Für die Figuren. Das war auch Teil des Kickstarters. Und die sind jetzt hier gedruckt nicht mit dabei. Also, auch keine irgendwie Charakterbögen oder sowas. Keine Ahnung. Bisschen schade vielleicht, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich werde sie tatsächlich nicht unbedingt für Dungeons & Dragons benutzen. Sondern ich werde sie eher für sowas wie Frostgrave oder andere Spiele benutzen. Vielleicht mache ich mir auch eine... Boundless Tactics-Bande aus Hunden oder sowas. Das fände ich eigentlich auch ganz cool. Aber da findet ihr auch alle Infos. Ich verlinke das natürlich dann auch alles in der Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach reingucken. Da findet ihr alle Links dazu. Die gehen jetzt auch demnächst in den Verkauf. Sage ich aber... Gehe ich aber auch dann später nochmal drauf ein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Flint, der Blue Heel Ranger. So, verzeiht mir bitte, wenn ich nicht alle Hunderassen-Namen übersetzt kriege. Also, ich bin ein großer Hundefreund. Merkt man vielleicht. Ja, der hat ja so eine kleine Armbrust. Auch sehr hübsch. Auch den Detailgrad finde ich völlig in Ordnung. Also, die machen bestimmt Spaß zum Anmalen. Kleinen Hundis. Ich bin ein großer Hundefreund. Ich bin jetzt allerdings nicht der Superspezialist, was Hunderassen angeht. Und ein paar kenne ich natürlich. Mastiff und sowas wird natürlich übersetzt. Genauso der Nächste jetzt. Freya German Shepherd. Also ein Schäferhund. Und zwar ein Droide. Ach, sehr schön. Freya, der Schäferhunddroide. Oder die Schäferhunddroidin. Freya ist ja ein weiblicher Name. Also, ich hoffe, das sieht man hier jetzt immer einigermaßen gut. Ich habe mir jetzt extra mal eine schwarze Tischdecke zugelegt. Aber gerade natürlich bei den braunen Figuren ist das jetzt nicht so die allerbeste Idee. Aber ich habe gedacht, ich lasse es einfach mal. Das Licht fällt, glaube ich, ganz gut. Man sieht die Figur. Also, auch sehr hübsch. Dann als nächstes haben wir Cerys, den Bernhardiner Kleriker. Oh ja, der ist auch sehr cool. Der ist vor allem auch ziemlich groß. Also, wenn man den jetzt mal mit der Schäferhundin vergleicht. Die ist schon ein kleines bisschen kleiner. Also, der hat schon... Ich glaube, die Figuren sind schon von vornherein so designt, dass er eben im Vergleich zu normalen, sagen wir mal so 30 Millimeter... Es gibt ja also fast keine 28 Millimeter Figuren mehr, echte. Aber im Vergleich zu 30 Millimeter Figuren sollten die einigermaßen passen vom Scale. Der ist jetzt schon ziemlich riesig. Aber wer schon mal einen richtigen Bernhardiner gesehen hat, der weiß wahrscheinlich auch, wie groß die sind. So, jetzt haben wir Svetlana, einen Beagle-Barbaren. Ach, sehr schön. Ah, ich habe so einen Spaß hier. Das ist unglaublich. Ich finde die so, so toll. Einfach, keine Ahnung, Hunde sind für mich einfach so ein Wohlfühlthema. Wir haben selber schon... Also, wir haben auch in der Familie... Also, hier jetzt bei uns nicht, aber meine Eltern haben schon unseren zweiten Hund. Unser erster Hund hieß Carlson. Das war ein Tibet-Terrier. Und unser zweiter Hund ist auch ein Tibet-Terrier, weil meine Eltern riesen Tibet-Terrier-Fans geworden sind anscheinend. Und der heißt Bojing. Ja, das ist ein... Ja, hat auch irgendwie eine geniale Ghi oder sowas. Es ist aber egal. Das ist einfach ein kleiner, neurotischer Tibet-Terrier. Und Hunde sind einfach so was, finde ich, ja, so ein Wohlfühlthema. Das ist einfach toll. Früher auch, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, wenn man von der Schule heimgekommen ist. So ein Hund freut sich einfach immer, wenn man nach Hause kommt. Und ein Hund, es ist irgendwie immer wichtig, dass es einem gut geht. Und es ist einfach eine tolle Sache, einen Hund zu haben. Ich habe auch nichts gegen Katzen. Definitiv nicht. Aber es ist einfach was anderes. Ihr wisst es wahrscheinlich. Die haben ja auch hier schon so einen Katzen-Contour-Part als Kickstarter gebracht. Den habe ich jetzt nicht gebackt. Aber gab es auch. Und ich denke mal, die Qualität wird er dann auch vergleichbar sein. So, jetzt gucken wir mal hier. Montague heißt es, glaube ich. Der Cocker-Spaniel-Barde. Ach, das ist ein zweiter Barde schon. Okay. Das heißt, da doppeln sich auf jeden Fall die Charakterklassen. Wobei das wahrscheinlich auch nur größtenteils Vorschläge sind. Der hat hier so eine kleine Trommel. Auch toll. Und hier von... Ah, der hat hier eine Panflöte. Seht ihr das? Da ist eine Panflöte. Großartig. Ah, es ist so toll. Es ist einfach super. Was hat der da an der Seite? Ich glaube, das ist einfach eine Tasche. Okay. Aber ja, also der kann so richtig cool so Panflötenmusik machen. So wie in der Fußgängerzone in Stuttgart. Super toll. Jetzt kommt Cornelius. Der Golden Retriever Wizard. Also ein Golden Retriever Zauberer. Der ist auch so richtig toll. Mit seiner tollen Mütze. Und ich finde die... Die haben schon echt Charme. Die Figuren einfach. Sie entsprechen auch, finde ich, sehr, sehr schön ihrem Artwork. Was ich auch immer ganz toll finde. Und der... Da geht mir echt das Herz auf. Das ist echt toll. Da hat er sein Foliant natürlich. Hier dann auch mal so ein Buch. Damit er auch die richtig krassen Feuerbälle verschleudern kann. Als nächstes haben wir Morgaine. Die Dachshund-Sorcerer. Morgaine. Das ist ja... Genau. Jetzt wird es nämlich schon kleiner. Das ist nämlich wirklich nur noch ein Dachs. Ja. Ich stelle die dann nachher gleich nochmal so ein bisschen zusammen. Dass ihr die untereinander auch die Größenvergleiche seht. Aber es ist auch auf der Packung sehr gut sichtbar. Wie groß die jeweils sind. Und... Die ist auch... Ja. Ne? Also die hat so einen schönen Umhang. Was so toll ist. Wer schon mal Hunde in Klamotten gesehen hat. Wir haben mal unseren ersten Carlshorn. Den haben wir mal die... Das Fell abrasiert. Weil die Tibeterrier, die kriegen so ein richtig, richtig dickes Fell. Und eigentlich sollen wir das nicht abrasieren. Das wussten wir damals allerdings nicht. Und dann haben wir halt mal zum Sommer hin, damit der nicht immer so schwitzt, haben wir es immer runterrasiert. Und die Hundefriseurin, die hat es ein bisschen übertrieben. Und dann war der halt wirklich... Dann hat er nur so ganz kurze Haare. Und dann war der plötzlich ganz dünn. Und dann haben wir ihm ein Halstuch umgehängt. Um das so ein bisschen auszugleichen. Und ich glaube, ich habe einen Tag lang nur gelacht. Der war so richtig beleidigt dann mit mir. Aber ich konnte den nicht angucken und nicht lachen. Das war einfach... Ah. Ja. Also der... Der war schon speziell, der Carlshorn. Lebt leider nicht mehr. Aber... Das war ein braver Hund. Braver Junge. Jetzt gucken wir mal. Bei Hartley jetzt kommt... Aha. Der Bulldog. Der Boxer. Ja. Also... Die sind schon ganz schön klein jetzt. Vielleicht an meinen Fingern schon. Das ist so groß wie ein Fingernagel fast. Und... Der hat so ein... Was ist der für ein... Äh... French Bulldog. Der hat schon... Der hat schon gar keine... Gar keine Charakterklasse mehr. Das ist einfach bloß ein French Bulldog. Deine Klasse ist French Bulldog anscheinend. Aber das sieht so ein bisschen aus, als wäre der irgendwie ein Krieger oder sowas. Oder... Ein Söldner oder irgendwas. Also der hat auf jeden Fall ziemlich viele Waffen dabei. Ja. Auch sehr schön. Dann... Habe ich irgendwie einen übersprungen eigentlich? Ah. Ich habe die Nightingale. Nightingale. Pomeranian. Einen pomeranischen Mönch habe ich übersprungen vorhin. Und wie kann ich nur? Wie konnte ich nur? Der ist ja wunderschön. Der Mönch. Das ist ja... Guckt euch das mal an hier. Mit seinem dicken Fell. Und der ist so puschelig-wuschelig. Oh. Der ist so toll. Oh. Ich wollte ja eigentlich so ein bisschen mal bei meinen Unboxings ein bisschen kritischer sein. Und so ein bisschen mal auch Probleme aufzeigen. Ja. Und... Ja. Also ich habe das mit der Base gesagt. Weil wie gesagt, das ist unter Umständen echt ein Problem. Jetzt bei der von der Base runterkriegen ist jetzt kein so großes Problem. Bei manchen anderen halt schon. Weil es ist halt auch ein bisschen kritisch, dann an den rumzuschneiden und so. Ich meine, das Material ist halt echt recht hart. Das heißt, das ist auch nicht so leicht weggeschnitten. Aber... Dass ich das nur mal gesagt habe. Aber ansonsten fällt es mir halt echt schwer. Ich meine, ich kann die nicht angucken und sagen, mit dir stimmt was nicht. Weil... Guckt in diese Augen und sagt diesem Doggo, dass mit ihm was nicht stimmt. Irgendwie, der ist doch perfekt so wie er ist. Oder? Also... Ne? Weiß auch nicht. So viel zum Thema. Kurzes Unboxing für den Anfang. Also... Vergesst's. Äh... Wir haben jetzt... Den machen wir am Schluss. Der kommt allerdings eigentlich als nächstes. Aber... Den machen wir am Schluss. Äh... Jetzt kommt erst mal Tedrick. Der Chihuahua Rogue. Also der Chihuahua Schurke. Und ich meine, das passt natürlich. Perfekt. Ja. Das passt absolut perfekt. Der hat so ein kleines Messerchen im Mund. So ein Wurfmesser. Ne? Weil der nämlich mit seinem kleinen Maul Wurfmesser schmeißt. Und... Also... Das ist natürlich... Also wenn man mit denen zum Beispiel Frostgrave spielt. Und mit denen eine Bande macht. Dann kann der Gegner halt einfach nicht gewinnen. Weil... Das ist so. Die... Habe ich schon in mehreren Situationen verwendet. Die Hundetaktik. Ähm... Muss man ein bisschen ausspielen. Aber... Wenn man gewinnt. Dann gewinnt man. Wenn der Gegner gewinnt. Dann hat er... Ähm... Doggos weh getan. Ne? Und wer Doggos weh tut. Der kann nie gewinnen. Da kommt nämlich direkt... Ähm... Keanu Reeves vorbei. Und... Dann ist aber hier... Ab dafür. Aber... Ja. Also... Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ja. Und jetzt kommt das Finale. Und das war quasi... Also... Naja. Ich sag... Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde. Der hat mich davon überzeugt. Weil ich hab den Kickstarter gesehen. Und hab gesagt. Okay. Das muss ich backen. Aber... Jetzt kommt... Tobias. Der Corgi Warlock. Ja. Und... Dazu muss man sagen. Also... Ja. Tobias. Also... Das ist mein Namensvetter. Der Kleine hier. Und das Tolle ist... Ich find Corgis super toll. Also... Ich hab mir schon immer gewünscht... Irgendwann mal einen Corgi zu haben. Weil... Corgis sind super lustige... Und spaßige... Und sehr, sehr intelligente Hunde. Und... Das waren ursprünglich... Vor allem Jagdhunde... Von... In England. Die auch, glaube ich... Sehr, sehr gerne benutzt wurden. Um eben zum Beispiel... In so Löcher reinzukriechen und sowas. Und die Tiere da raus zu jagen. Aber... Laut... Alter englischer Mythologie... Sind... Die Elfen... Also nicht die Herr-Ringe-Elfen... Sondern so die... Die altenglische Mythologie-Elfen... Das waren dann wirklich so... So kleine... So Feen eher... Sind auf Corgis in die Schlacht geritten. Ja... Gebt euch das einfach mal. Sie sind auf Corgis in die Schlacht geritten. Wie cool. Und... Deswegen finde ich Corgis so toll. Und dass da jetzt tatsächlich ein Tobias der Corgi-Warlock dabei ist... Ist halt einfach großartig für mich. Absolut großartig. Ja... Also... Ich finde die richtig toll. Ich stelle die euch jetzt... Während ich jetzt hier labere... Versuche ich die jetzt mal noch so ein bisschen so nebeneinander hinzustellen. Den Kickstarter... Ist ja immer so eine Sache. Weil oft gibt es ja Sachen dann irgendwie nach dem Kickstarter nicht mehr. Und in dem Fall ist es aber nicht so. Also die Sachen werden im Handel verkauft. Die kommen jetzt auch demnächst in den Handel. Man kann sie schon vorbestellen. Zum Beispiel bei Fantasy Welt. Bei Steamforge direkt auch. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung. Und... Die... Sind allerdings... Kommen nicht in dieser einen großen Box. Sondern das sind zwei Boxen. Also gibt es Volume 1 und Volume 2. Jeweils mit sechs Figuren. Jeweils für glaube ich 20 Euro ungefähr. Also... Ist völlig okay. Finde ich. Also für meine Verhältnisse ist das absolut in Ordnung. Ein bisschen höher stellen. Zack, 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 zack. Na, nicht umfallen. So. Ich habe es jetzt nicht so super fein aufgereiht. Aber man sieht vielleicht... Die sehen so von der Größe her aus. Und... Ja genau. Also man kann das Ganze bestellen. Und vorbestellen und sowas. Also es ist alles verfügbar. Es ist glaube ich... Ich bin mir nicht sicher, dass es ein... Es kann sein, dass eine exklusive Figur dabei ist. Weil es sind zwei mal sechs. Und hier sind sieben drin. Äh sieben, denn 13 drin. Ich weiß leider nicht, welche davon die exklusive ist. Das werdet ihr dann allerdings wahrscheinlich sehen, wenn ihr auf die Boxen guckt. Ähm, ansonsten, also minus eine von den Figuren sind, sind alle mit dabei. Und jetzt würde ich sagen, jetzt stelle ich mal noch kurz eine, ja sagen wir mal 28 bis 30 Millimeter Figur daneben. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe hier... Ich habe hier so einen Samurai. Von Bushido. Das ist einer von den Alten. Das heißt, der ist auch nicht so richtig riesig. Und den stelle ich jetzt einfach mal so daneben. Beziehungsweise ich halte ihn mal daneben. Ich nehme jetzt mal so einen Chihuahua. Also ihr seht, der fällt schon sehr, sehr klein aus. Aber das ist eben genauso auch gedacht. Weil es wäre natürlich auch ein bisschen bescheuert, wenn die alle dann so groß wären wie die Menschen. Und wenn man zum Beispiel jetzt den... Den Großen daneben stellt, der ist schon ziemlich riesig. Also der ist schon... Also das ist schon ein großer Bernardiner auch. Aber also auf dem könnte man fast schon reiten. Aber ihr seht also von den Größenverhältnissen ist es völlig in Ordnung. Und finde ich auch in einem einigermaßen realistischen Bereich. Das macht das Ganze dann auch noch ein bisschen cooler. Gerade wenn man sie vielleicht auch durcheinander mischt. Vielleicht will man ja auch einfach wirklich seine Dungeons & Dragons Bande mit denen so ein bisschen ausstatten. Weil es natürlich auch cool, wenn man Haustiere dabei hat. Oder man will eben seine Frostgrave Truppe so ein bisschen durchmischen. Oder es gibt ja auch andere Spiele, wo Tiere eine Rolle spielen. Also ich glaube, da findet man eine gute Anwendungsmöglichkeit. Oder man malt sie einfach an, stellt sie bei sich in die Vitrine und freut sich dran. Ist auch immer eine Option. Ja, das war jetzt mein kurzes Unboxing-Video. Oh Gott, wie wird das mit den Sachen, die größer sind? Ich glaube, bei den anderen muss ich mich ein bisschen mehr zusammenreißen. Ja, genau. Das war jetzt Tag 1. Wie gesagt, die nächsten 4 Tage kommen ebenfalls Unboxing-Videos. Wenn ihr sehen wollt, was das ist, dann schaut einfach rein. Ich verrate nichts. Und wenn ihr aufgepasst habt, dann seht ihr vielleicht auch schon jetzt, was morgen kommt. Ansonsten schaut einfach rein. Und in der nächsten Woche geht es dann natürlich ganz normal weiter mit Bier und Brezel-Tabletop, mit Videologs und Spielberichten und allem Möglichen. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sagt weiter, dass es den Kanal gibt. Das hilft mir am meisten. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis morgen. Vielen Dank.